Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Backstage Pieslinger. Hier stellen wir euch verschiedene Persönlichkeiten sowie Projekte der Firma vor. Ich habe heute einen weiteren Gast von mir und zwar in Philipp Rohrauer. Hallo Philipp. Hallo, grüß' Maria. Schön, dass du da bist. Philipp ist Supply Chain Manager bei Pieslinger und wir werden heute wieder ein bisschen über einen Job natürlich reden, über etwas Privates und freuen sich, dass wir die kennenlernen können. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Kannst du dir bitte einmal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst und was sind deine Hobbys? Ja, ich bin der Philipp Rohrauer. Ich komme aus dem wunderschönen St. Bankratz. Das ist in der Biombril-Region, also auch im Nationalpark. Meine Hobbys sind Laufen, Sporteln, Fußball. Ich bin leidenschaftlicher Fußballtrainer und arbeite sehr gerne. Natürlich. Voll super. Kannst uns einmal kurz erklären, was ist eigentlich ein Supply Chain Manager? Also was ist eigentlich die Aufgabe in der Firma? Ich sage, in der Literatur findet man extrem viele Begriffe. Das ist ein extrem neunmoderner Begriff oder ein neunmodernes Thema. Ich werde es ganz einfach abbrechen. In Wahrheit heißt es, einfach entlang der ganzen Lieferkette schauen, dass man das Optimum raushält, dass man es in der Kindschaft, dass man den Informationsfluss optimiert, dass man den Warenfluss optimiert, dass man natürlich den Geldfluss oder den Finanzfluss optimiert und da schaue ich, dass man eingreift. Wie bei Pieslinger haben wir es jetzt im September begonnen einzuführen, eine Rolle als Supply Chain Management. Das heißt, wir beschränken uns jetzt aktuell einmal auf die internen Prozesse, gehen dort hauptsächlich in die Produktionsplanung, die was beide zu mir kennen, beide Sparten, die ganze Warenübernahme, die Logistik gehört zu mir, auch die Versandlogistik ist da dabei. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt hauptsächlich damit, wie kommt die Ware zu uns in die Firma, wie produzieren wir es möglichst optimal, wie können wir Synergien in den einzelnen Abteilungen nutzen und wie bringen wir es dann möglichst optimal für uns oder einem Optimum angenähert zu kommen. Cool, wow. Dankeschön. Das war sehr verständlich. Also, ich kenne mich jetzt ein bisschen besser aus als vorher. Ich hoffe es, aber ihr könnt jetzt auch eine halbe Seitendefinition vorlesen, das macht keinen Sinn mehr. Ja, voll. Auf Wikipedia hat es auch nicht so viel Sinn gemacht, wie wir es durchgelesen haben. Super, dankeschön. Ja, und dann beschreib uns doch bitte einmal kurz deinen beruflichen Werdegang, bis jetzt zumindest, was hast du gestartet und... Wie viel Zeit hast du denn? Wir haben ganz viel Zeit. Okay, nein, mein beruflicher Werdegang ist eigentlich von den Stellen her nicht recht ausschweifend oder nicht recht lang, aber ich habe trotzdem schon einige Stellen hinter mir. Nein, angefangen hat, ich fange vielleicht trotzdem bei der Schulbildung an, war ich im grümmen Unterstufen, bin dann in den Tatel in den Steyr gewechselt, habe dort dann eine Ehrenrunde gedreht, bin irgendwann draufgekommen, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich wirklich schon weiß, was ich will in der Zukunft. Ich habe dann die Tatel abgebrochen, habe dann bei der Firma Bieslinger eine Lehre angefangen, aus Werkzeugbautechnik, was eine super Möglichkeit für mich war und eine wirklich tolle Ausbildung. Ich habe dann neben der Lehre, am Schluss der Lehre und neben der Arbeit als Vorarbeiter und NC-Techniker in der Produktion, habe ich dann die Abendmantura gemacht, wie ich mit der Abendmantura fertig war, entschieden, eigentlich kann das jetzt noch nicht alles sein. Dann habe ich noch ein Studium angefangen, ein Vollzeitstudium in Steyr, bei der FH. Neben der Arbeit? Nein, 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 da habe ich dann eine einvernehmliche Trennung gemacht, weil das war nicht gegangen, das war wirklich ein Vollzeitstudium, habe aber dann im Sommer eigentlich immer in die Sommerferien oder wenn es so gegangen ist, immer Ferialpraktikanten gehabt, dann war ich dann Vorarbeiter beim Fräsen oder habe Maschinen programmiert oder was auch immer. Ich bin nach dem Studium, habe dann auch mein Berufspraktikum in der Firma Bieslinger wieder gemacht, das spart ja alle Komponenten, eine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben. Dann habe ich in Mastern noch draufgehängt, auch in Steyr, das war Operations Management, dann habe ich viel Zeit gemacht, habe da aber wirklich dann schon Teilzeit immer in der Firma gearbeitet, zuerst als Assistent im Controlling, als Assistent bei der Spartenleitung, also in allen möglichen Bereichen, was mir eigentlich recht viel geholfen hat, durch das ist halt jetzt auch viel später. Als ich fertig war mit dem Master, habe ich dann wieder bei der Firma ein bisschen angefangen, also ich komme immer wieder zurück, spannenderweise, war dann da für Prozessmanagement und KVP, dann haben wir da einen Wechsel gehabt, da bin ich in die Sparte E-Lochs und Pulver gewechselt, habe dort in die Arbeitsvorbereitung, dort quasi in die Arbeitsvorbereitung mitgearbeitet, als Planer und Planungsassistent, habe dann nach circa einem Jahr oder anderthalb Jahr die Planungsleitung gekriegt, dann danach wieder die Logistik dazu gekriegt, intern, dann ist das Hochegal-Lager-Projekt dazukommen, was gelaufen ist, und jetzt war dann, wie das jetzt fertig war, was der nächste Schritt jetzt geht, dass wir das Subly Chain Management einführen. Wow, Wahnsinn! Also es ist echt schon viel und vor allem voll viel durchlaufen in der Firma selber eigentlich. Ja, also ich traue mir zu sagen, es waren nicht recht viele Leute in mehr verschiedenen Stellen in der Firma unterwegs, glaube ich. Ich glaube, das kannst du mit gutem Gewissen behaupten. So, da habe ich jetzt schon viel gesehen. Wolltest du immer schon irgendwas mit Logistik machen, weil du hast ja gesagt, du hast am Anfang eigentlich eine Lehrerin zum Metalltechniker gemacht, Werkzeugbautechniker, Entschuldigung. War das dann nach der Lehrerin immer schon klar, dass du in dem Bereich Logistik wirst, oder hat sich das dann erst entwickelt? Nein, das war überhaupt nicht klar. Ich sage ganz ehrlich, das ist, komm, ich habe den Werkzeugbautechniker gemacht, weil für mich klar war, ich habe ja in der HTL einen Maschinenbau gemacht, drei Jahre, und für mich war einfach klar, ich will in dem Bereich bleiben, ich will irgendwas mit Metall machen in die Richtung, das hat mir gefallen. Die Lehrerin selber war dann super, aber das mit Logistik eigentlich, oder der Schwerpunkt Logistik ist dann erst durchs Studium gekommen. Wir haben dort wieder sehr viel gelernt und haben sehr viele Unternehmensprojekte in verschiedenste Firmen gehabt. Und das hat sich eigentlich herausgestellt, dass gerade im Bereich der Logistik die meisten Fehler passieren, oder dort das meiste Potenzial noch drinsteckt heutzutage, weil es sind sehr viele Prozesse, technischer Natur sind ausgeschöpft. Da passiert nicht mehr viel, sondern es ist eher immer das, wie, wann, wo, was zur richtigen Zeit, dass das ist. Da muss man jetzt schauen, dass man das gemacht. Und da habe ich ein wenig Leidenschaft dafür entwickelt und alles mitgenommen. Und darum freut es mich, dass ich jetzt in dem Bereich eigentlich arbeiten kann. Ja voll, machen wir super. Ja, weil du hast ja so bleibt schon eigentlich jetzt komplett über. Was war für dich bis jetzt die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn? Die beste Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn war meiner Meinung nach, was habe ich überlegen? Nein, aber es war eigentlich definitiv, dass ich die Matura unter dem Studium gemacht habe. Und dass ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Vollzeitstudium dazu. Ich gehe trotzdem den Weg, weil es war ja, ich meine, ich war jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ich bin eigentlich mitten im Leben dann gestanden. Habe auch einen guten Job gehabt, der CNC-Techniker und Einsteller Vorarbeiter war ja ein guter Beruf. Aber es war trotzdem sicher die wichtige Entscheidung dann dort und zu sagen, nein, ich mache jetzt das Vollzeitstudium, weil ich mich damit wirklich, ich habe mehr Zeit gewonnen, ich habe mehr andere Firmen auch gesehen durch Projekte. Ich habe mich wirklich mit der Materie beschäftigen können und das hat mich einfach dann weitergebracht. Und ich sage dann, wie es dann wieder weitergeht, wo es wohin geht, das kann ich nicht wirklich beeinflussen, ja, jetzt oder nicht, nicht steuern. Aber ich glaube, das war wirklich die beste Entscheidung. Aber ich bereue auch keine andere Entscheidung, muss ich auch sagen. Hat dich da hinbekommen? Und was glaubst du, warum bist du jetzt beruflich da, wo du jetzt bist? Weil ich meine, das ist ja eigentlich ein cooler Weg vom Lehrling zu einer Führungskraft, also das kann schon was. Was glaubst du, hat dich da hinbekommen? Ich glaube, dass einen da immer mehrere Faktoren hinbringen. Es ist sicher nicht einer oder auch ausschlaggebend. Viele Leute, oder viele Leute sagen immer wieder, ja, hängt mit Glück zusammen oder hat halt die richtigen Leute gekämpft. Da muss ich sagen, also zumindest von meiner Situation her fast gar nicht, weil ich habe mir im Wald alles irgendwie arbeiten müssen. Es wird dem Leben einfach auch gerade beruflich nichts geschenkt, ja. Du kommst her, ich meine, ich habe die Schuhe abbrechen müssen und das war natürlich für mich eine Niederlage. Ich habe dann aber die Ausbildung gemacht und da war es jetzt dann schon. Und da habe ich ja das erste Mal gelernt gehabt, es geht halt nicht einfach von so. Ich bin zum Beispiel in der HTL. Ich habe schon meine Noten gehabt, ja, ich habe nichts gelernt. Ich war dann einfach zu faul von dem Zeitpunkt. Ich war noch nicht reif genug, dass man das macht. Ich habe dann gesehen, mit der Matura neben der Arbeit, neben einem Schichtbetrieb, wo man sagt, da muss man reinbeißen, da muss man viele Sachen entbären. Wenn man mehr macht, kommt dann mehr aus, ja. Das gleiche mit dem Studium, dann auch mit dem nebenbei arbeiten, mit dem im Vollzeitstudium beim Master nebenbei arbeiten. Ich denke, immer wieder die extra Meta-G, dann geht das auch, ja. Ich kann jetzt da nur gleich wieder zum Beispiel vorgreifen. Beispiel ist Hochigerlage. Du kommst dann nicht aus mit die 38,5 Stunden, ja. Es schaut immer aus, du hast da keine Chance. Du bist dann am Wochenende, bist du erreichbar, du bist den ganzen Tag in der Arbeit, du bist immer wieder unter Strom, aber nur so geht's, ja. Du musst schauen, dass du Dinge fertig machst, dass du, wenn du etwas auffangst, dass du es fertig machst und dass du wirklich, wie soll ich sagen, damit identifizieren kannst und dass du eine Einsteigerung kannst, ja. Dass du das machst, das muss ein bisschen eine Leidenschaft sein. Und wenn man bereit ist, sag's nochmal, dass man den extra Meta geht, dann kommt man weiter und dann ist natürlich ein bisschen ein Klick auch dabei, ja. Dass genau jetzt zu dem Zeitpunkt die still fertig ist, die was man braucht oder die was man will, ja. Aber alles andere hat man eigentlich selber in der Hand. Und man muss wissen, ist halt meine Meinung, man muss wissen, was sind meine Schwächen, was sind meine Stärken. Wo kann ich bereit sein, dass ich einfach dem Meta jetzt mehr gehe, wo macht es keinen Sinn, dass ich vielleicht mehr gehe, ja. Wo muss man auf sich selber einmal schauen. Aber grundsätzlich immer wieder schauen, da, 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 da und nicht nachlassen. Und, ich meine, ich lebe jetzt nicht nach großen Mottos, allerdings. Aber da gehört ein Spruch, der, was mir relativ gut gefällt, das ist, Erfolg fängt dort an, wo die anderen aufhören. Und das trifft schon oft zu, ja. Und, ja, so eine Einstellungsgeschichte zu sagen, ja. Und das ist halt eine Charaktereigenschaft, glaube ich, was viele Leute haben, oder halt was Führungskräfte auch mitbringen sollten, oder machen, oder wenn ich wo was weiterbringen will, die Zufriedenheit. Ich bin so ein Speertyp, ich bin nicht zufrieden, ja. Wenn man was macht, ich bin kurzzeitig zufrieden, ich habe jetzt es erreicht, aber es muss irgendwo weitergehen. Und genau so ist, und dann steigert man sich, und so sieht man sich halt weiter Ziele an, so kommt man weiter. Ich glaube, grundsätzlich, echt, wenn ich keine Eigenmotivation habe, oder wenn ich mich jetzt nicht selber wieder motivieren kann, dann kann ich auch nicht weiterkommen, weil dann bin ich mit allem zufrieden, was ich habe. Ich hätte schon die ganze Zeit zufrieden sein können, in meiner Stelle gesagt, ich hätte damals auch als Vorarbeiter zufrieden sein können, weil es war gut, es ist die Bezahlung gut gewesen, es sind die Leute alle nicht, wenn die Arbeitskollegen waren super, die Firma hat voll passt. Aber es ist halt immer wieder der Antrieb irgendwo mehr zu wollen. Und das ist es halt schon. Das muss man halt dann ein Opfer bringen. Voll, das gehört leider dazu. Aber voll bewundernswert. Echt cool. Was ich dir auch fragen wollte, wie ist das eigentlich jetzt als Führungskraft? Ich meine, du kennst ja beide Seiten. Du warst ja Arbeiter, Vorarbeiter, und jetzt bist Führungskraft. Wie ist denn das, Führungskraft sei, aber auch andererseits dann die Mitarbeiter, mit denen man vorher vielleicht zusammengearbeitet hat, auf einmal, ich will es nicht unter sich haben, aber die man einfach dann führen sollte. Wie ist das? Ich sage, das ist ein ganz spezielles Thema. Weil man kann da jetzt, ich schweife da jetzt wieder kurz aus, man kann jetzt sagen, man lernt beim Studium oder man lernt durch irgendwelche Seminare oder Kurse, alle möglichen Szenarien und Hilfsmittel und Tools für Führung. Aber ich glaube, ich brich es aufs Einfachste runter und das ist halt wieder meine persönliche Meinung. Es ist genau so, wie ich mit Leuten umgehe, so kommt es zurück. Und wenn ich meine Arbeit gut mache, wenn ich Leute respektiere, wenn die merken, ich respektiere sie, sie respektieren, respektieren, dann ist das überhaupt kein Thema. Und es gibt ja verschiedene Ortenverführungen. Es gibt natürlich die Leute oder die Schäfte, die glauben, sie müssen immer nur mit Druck und mit Ärger und mit Druck das Ganze machen. Das ist nicht mein Ort. Ich denke mal, meine Mitarbeiter wissen schon relativ genau, oder auch meine Kollegen. Wir haben relativ kollegiales Verhältnis, also ich bin ja mit allen Mitarbeitern bei, du kennst ja nicht anders, ich würde es auch nicht anders wollen. Und dann ist es schon wichtig, dass man einfach weiß, man ist ja normale Kommunikation auf Augenhöchern jetzt. Ganz normal. Wann rede ich mit wem wirklich auf Augenhöchern, wann ist so. Und wann sind einfach Punkte, wo ich als Führungskraft jetzt etwas entscheiden muss. Und da muss ich aber halt auch die Härte haben, dass ich es dann durchdruck, dass ich es einfordert und dass ich es verlange. Und ich sage, das ist aber auch der schwarze Spagot. Weil auch wenn es keiner zugeben will, es will jeder irgendwie ein bisschen geführt werden. Das geht jetzt nicht darum, dass immer wer viel anschafft bei mir, sondern dass ich einfach weiß, ich habe gewisse Bahnen und in die Bahnen kann ich mich bewegen. Und da kann ich da und vielleicht brauche ich das auch, dass ich meine optimal Masse halte. Und ich glaube, als Führungskraft ist das Wichtigste, dass man hat die Bahn irgendwer kennt und das bei jedem Mitarbeiter genauso feststellt. Mir gelingt das auch nicht immer, ist ganz klar. Und jeder macht seine Fehler und gerade am Anfang ist das immer schwierig. Aber ich habe genau durch das eigentlich meiner Meinung nach überhaupt kein Thema gehabt, obwohl ich immer wieder mit den Leuten vorher auf gleicher Ebene war und dann vielleicht doch wieder den Schritt gemacht habe, dass ich irgendwie mit Neid oder mit Missgunst oder mit sonst irgendetwas ein Thema gehabt habe. Weil ich glaube, ich schaue, dass er immer wieder umgekommen ist, dass das was ist, ist er verdient, ist aufgrund der, keine Ahnung, der geleisteten Arbeit, aufgrund des Potenzials, was es ist. Und das Verhältnis selber habe ich gesagt, schaue, ich schaue, dass ich meine Mitarbeiter so weit es geht oder so gut es geht, auch wirklich einen direkten Kontaktpfleger. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer wieder einen Spiegel vorgehalten bekommen, dass ich es nicht immer schaffe, dass man nicht immer wieder zu den einzelnen Leuten hingehen kann, dass man gewisse Arbeitsplätze dann schon wieder vernachlässigt. Aber das gehört auch dafür, das ist eine leichte Niederlage, das muss man mit einstecken. Aber man muss halt schauen, dass man es wieder verbessert und dass man weiterkommt. Und dann kann man sich als Mensch und als Führungskraft wieder verbessern. Voll. Ja und vor allem, es ist ja auch nicht jeder Mitarbeiter gleich, du kannst ja nicht mit jedem gleich umgehen. Es ist spannend, es tickt wirklich jeder anders und ich sehe das nicht nur in der Arbeit, ich habe das auch als Fußballtrainer. Es sind so viele verschiedene Charaktere und du musst immer schauen, was ist eigentlich seine Motivation, was hilft ihm, was kann der, was kann er nicht, in welchen Bedingungen kannst du, wie kann es ja auch ausdrücken, wie bringst du das an, wie kannst du nicht mit jedem das gleiche Gespräch führen, auf der gleiche Art. Also das ist echt, das ist fordernd und aber auch einfach spannend und sich schon als extreme persönliche Weiterentwicklung an. Ich kann nur jedem sagen, wenn Leute glauben, ja eine Führungsposition ist halt, schön anziehen vielleicht und sitze. Nein, das ist einfach Schauer, jede Menge Arbeit. Es ist eine ganz andere Arbeit, aber es ist Arbeit, ja. Vielleicht eine Arbeit, die nicht jeder gleich sieht, aber es ist trotzdem eine Arbeit, die einfach dazugehört. Was war denn bis jetzt für dich die größte Herausforderung in deiner Laufbahn, in deiner Karriere? Die größte Herausforderung in meiner Karriere. Das klingt gut. Gibt es auch verschiedene, gibt es immer wieder. Also das erste, die erste wirklich prägnante Herausforderung für mich war, da die Matura nebenbei zu machen, sich das selber zu finanzieren, das neben der Schicht, die kannst du immer wieder wiederholen, dann treiben wir um, dann bist Mieter und gehst trotzdem wieder in die Schicht, du musst in der Früh wieder auf oder du hast nach einer Schicht, dann musst Kollegen wieder fragen, ob sie mit dir tauschen können. Das war Wahnsinn, du musst lernen, dann musst du die Matura legen, das ist wirklich, das war herausfordernd, ja, am Anfang. Ich sage, das war wirklich, das war nicht ohne, ja. Hat aber dann gepasst und das nächste, wo ich dann sage, was dann wieder herausfordernd war, war ein Sach-Egal-Lager-Projekt. Das war, weil das ist einfach ganz eine andere Dimension, das war nichts, was ich vorher erkennt habe oder in dieser Menge. Komme ich vielleicht später noch mehr was dazu sagen, aber das war sicher ein Punkt. Und dann, jetzt der Spagat zwischen, oder die kleinen selbst zwischen, immer nur mehr Personalführung dazu haben, weil das hat sich ja eigentlich innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren, hat sich von einer Person jetzt auf knappe 46 oder 50 hat sich gesteigert, ja. Aus Mischung aber mit Angestellten und Arbeitern, also ich sage so, wieder ganz andere Art der Tätigkeiten oder der Charaktere, was ist. Und jetzt darin gipfelnd im Supply Chain Management, die Einführung. Also das ist auch eine Riesenherausforderung. Einfach durch den Grund, dass keiner kennt. Oder weil man halt sagt, das war da und das haben wir eh gemacht. Nur das ist jetzt ein spannendes Thema. Voll. Also immer Schlag auf Schlag eigentlich. Es geht immer weiter. Genau. Und meine nächste Frage ginge eh ein bisschen auf die Projekte ein. Ich würde gerne am Anfang mal über das Hochregallager reden. Wie war das so? Wie gesagt, das war ja auch selber für die Firma ja ein Megaprojekt. Ich war ein großes Ding da, das jeder sehen kann jetzt von der Werden. Warst du der Projektleiter oder wie war das? Nein. Und das wird auch oft falsch gesehen. Das will ich nämlich auch gleich einmal richtig sagen. Der Projektleiter von dem ganzen Thema war der Ernst Weigl, ja. Ich war sehr stellvertretender Projektleiter. Wir haben extrem viel zusammengearbeitet und gemacht. Ich muss da ganz klar eine Dankesung zu haben. Ich habe da extrem viel Verantwortung vor ihm bekommen und habe das auch machen dürfen, wo auch teilweise ein blindes Vertrauen drin war oder auch wirklich Unterstützung. Und darum hat es dann teilweise auch so ausgeschaut und ist dann immer wieder kommuniziert worden. Ja, das ist in Philipp sein Projekt. Ja, es war eh mein Projekt. Aber die Projektleitung hat der Weigl ernst gehabt und der hat da genau so einen riesen Beitrag dazu geleistet, wie jeder andere in dem Thema. Nur, dass das auch gesagt ist. Jetzt zu dem, was er wieder gemacht hat. Ich meine, das war spannend vor allem. Man muss ja da vielleicht auch sagen, im Firmenjargon wird immer noch das Hochregallager Projekt. Das war ein gewaltiges Logistikprojekt. Wir haben ja nicht nur ein Warenlager aufgestellt. Wir haben ja schon eins gehabt, sondern wir haben einen Verladeplatz neu gestaltet. Ja. Die Verladung, die Warenanlieferung hat sich geändert. Das sind riesige bauliche Maßnahmen mit einem Verladeplatz gewesen. Dann haben wir geschaut, wie können wir den ganzen Warenfluss bei uns eigentlich gestalten. Jetzt abgezielt aber mit Schwerpunkt auf die Vitalanlage, auf die größte Beschichtungsanlage, die wir haben. Wie bringen wir die Ware dort hin und damit wir aber Staplerverkehr, Staplerstunden reduzieren können. Die, die einfach wieder hinhergegangen sind. Ich meine, jeder, der früher bei uns in der Firma ein bisschen unterwegs war, du hast ja keinen Schritt gehen können, ohne dass ein Stapler um eine Ecke herumgeschossen ist. Das immer auf engstem Raum, immer mit Vollbeladung. Und dann gesagt, das war ein Riesensicherheitsrisiko und natürlich auch ein Gesundheitsrisiko. Und auch ein Kostenthema. Natürlich auch von den Geräten, die haben wir immer gebraucht. Und das war auch dabei. Ich sag, dort die Gedanken zu machen, wir haben Transportgeschäden gebaut, wir haben ein Lager gebaut, wir haben das bestehende Lager, was vorhanden war, haben eigentlich Operationen am offenen Herzen gemacht. Wir haben es eigentlich mitten in der Saison quasi das RWG rausnehmen müssen und haben es ersetzen müssen. Also wir sind auf den nächsten Stand gekommen. Also das war, ich sag, das ist mehr als wie nur ein Lager zu bauen, weil das wird immer ein bisschen vernachlässigt. Aber das war immer spannend. Meine Aufgaben selber waren, von der Aufgangsschau, von der Lieferantenakquise oder von der Lieferantenfindung, vom Anfragen, von diese Sachen. Natürlich dann die Vergabe, die Angebotsverhandlungen, alles mit dem Einkauf und auch mit der Projektleitung, mit allem zusammen. Da spielen ja, wie gesagt, viel mehr Leute mich das als ein, zwei. Also dass er seinen Job machen muss. Dann hin zur ganzen Prozessgestaltung. Das war auch viel von mir. Die Pflichtenhefterstellung, die Lastenhefterstellung, dann die Umsetzung dazu. Wir haben ja da, unser Partner hat ja quasi auch noch nie ein Projekt in dieser Dimension gemacht. Die sind extrem spezialisiert auf Hochegallager. Das haben sie gemacht. Sie sind extrem auf lauter Einzellösungen. Aber sie haben das ja auch nicht gehabt mit so Vertikaleinlagestationen, mit Transportstrecken. Dann unsere Logiken dahinter. Wir sind ja eine alte gesessene Firma und haben ja gerade in der Logistik, gerade auch in der Wohnbereitschaft, extrem viel Know-how aufgebaut gehabt. Wie bringe ich was möglichst schnell aus dem Produktion hin, dass das kommt. Und das muss sich dann aber erst abbilden in einer neuen Software mit Leuten, die von der Materie eigentlich wenig Ahnung haben. Wir sind ja da viel um herumgefahren. Und da muss wirklich auch unsere Firma loben, von der ganzen Entwicklung her. Wir haben uns da einige Konkurrenten, kann man sagen, oder auch aus Deutschland in andere Bereiche abgeschaut, was nicht direkt in unserem Konkurrenten-Klientel sind. Und es arbeitet ja fast keiner so effizient wie wir. Das glaubt man. Das glauben die Mitarbeiter, wenn es wieder nicht. Wir sind wirklich sehr stark ausoptimiert, wenn man das sieht. Wir können uns auch überall verbessern. Wir müssen überall noch weiterkommen. Aber da haben wir in gewissen Bereichen wirklich schon, sind wir wirklich schon auf einem sehr guten Niveau. Dann, was nur das Thema war, den ganzen Bau begleiten. Projektpläne machen, Zeitpläne, das intern steuern. Mit den externen Bauplänen, die wir gehabt haben, das ganze Abstimmen. Weil die haben wir natürlich gebraucht, die Abstimmung, weil ich hätte jetzt nicht sagen können, wo wird der Schode austauscht, was ist da, was ist da, die Abbau, wenn wir Brunnenplatten gemacht. Sondern wir aber dann einfach die internen Gewerke koordinieren, zu machen. An der Stelle muss ich aber auch ganz stark bei uns einen technischen Dienst ausheben, was bei uns da, gerade in der Rolle waren es der Ernfeldner Dominik und der Miesbüchler-Gerhardt, die auch extrem viel mitgearbeitet haben, was auch hinter die Kulissen immer wieder extrem viel gemacht haben. Wann wieder schnell was war zum Begleiten von der Technik, zum Kabelheizieren, wenn wir schnell eine Lösung wieder gebraucht haben. Ich meine, das ist ja faszinierend, du stehst dort noch und vor allem kommst drauf, die Öffnung ist klar. Für was jetzt bringt der Bauteil nicht rein oder der Kran kann das nicht heben. Also ich sage, da muss man dann schnell reagieren und du brauchst immer ein gutes Team. Genau das Gleiche auch bei der IT mit dem Niedernlern Stefan. Ich meine, was der mitgeholfen hat, Stefan mit seinem Know-how auch bei der ganzen IT-Prozessgestaltung, bei der Schnittstellengestaltung. Also das ist echt, puh. Wow, war schön. Wie lange hat das dann ganze dauert, also auch mit der Vorbereitung, dass ich jetzt nicht liege, aber ich glaube, im 2016 haben wir angefangen. Wirklich? Endgültig in Betrieb gegangen, der letzte Teil ist dann letztes Jahr im Jänner. Jetzt sind wir mal dort und jetzt gibt es ja das schöne Video, wo man durchfährt. Genau, voll. So, dass das Ganze so rennt und dass man wirklich sagen kann, wir sind jetzt in der Produktion so weit, dass wir im Großteil mit den Anlagen wirklich effizient arbeiten. Wir haben noch jetzt, jetzt kommt das nächste Potenzial, wo man sagt, wir können jetzt optimieren, jetzt können die Leute wieder mehr dazu genommen, wieder ins Boot, ganz viele Arbeiter, wo können wir jetzt wirklich wieder Punkte rausnehmen, wo wir uns verbessern können, was können wir für sich noch umgestalten. Aber jetzt sage ich zumindest einmal mit ruhigen Gewissen, jetzt rennt es einmal, ja. Ja, voll, es läuft geschmeidig. Ich glaube, das unterschätzen immer viele Leute, wie viel Aufwand das so ein Riesenprojekt ist. Also ich hätte nicht nämlich rechnen, dass das fast vier Jahre dauert, so insgesamt, weil gestanden ist ja schnell, innerhalb von einem Jahr oder so, glaube ich. Ja, und ich sage, ich meine, das klingt auch vermessend. Aber wenn man jetzt wo nur ein Lager hinstellt, wenn ich jetzt genau sage, ich reduziere es auf das, wie es immer heißt, das Hochegallagerprojekt. Ja, das ist relativ schnell gemacht. Du hast den Bauplaner, du brauchst die Bewilligungen, das ist klar, aber das sind ja Standardprodukte zum Teil. Das, was so lange ist, sind einfach die unzähligen Termine und Abstimmungen mit den ganzen verschiedenen Gewerken, mit den Softwarefirmen, damit man wirklich sagt, jetzt kommt man da tiefer, wo man ist. Und dann natürlich auch die internen Abstimmungen. Es hat ja nicht jeder die gleiche Meinung dazu, wenn ich etwas mache. Das Projekt selber, ich meine, das muss man auch sagen, das war, soweit ich weiß, auch das Größte in der Firmengeschichte, von der Investitionssumme her. Das war jetzt nichts, wo man einfach sagt, das machen wir halt so. Na, echt cool. Und ich meine, Supply-Chimp-Management, haben wir vorher schon gehört, das ist ja auch mit dir eingeführt worden, erst seit ein paar Monaten sogar. Ist ja eher ein operatives Projekt, sage ich jetzt einmal, also ein Projekt, das man nicht so greifen kann, wie ein Hochregallager. Wie war denn das so, was war da deine Aufgabe? Ja, das ist auch, ich meine, ich kann nicht sagen, was war deine Aufgabe, weil es ist meine Aufgabe, das wird mich noch lange begleiten, solange ich halt das Vertrauen natürlich hoffen, dass ich es mache, das darf man auch nicht vergessen, die Wirtschaft. Nein, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ja, wenn ich ein Bauprojekt habe oder wenn ich ein Anlageumbau oder Optimierungsziel habe, ja, du setzt deinen Plan, du stimmst dich mit den Leuten an, du setzt die Maßnahmen, du machst es durch, du hast den Zeitraum, wird runtergearbeitet, jeder sieht es, du sagst, ich baue hier die erste Tasche, steht vor dem Lager, jeder weiß, ah, da geht etwas weiter. Jetzt ist es zu, ah, okay, super, ah, jetzt fahren schon die Container durch, passt. Das gibt es bei so organisatorischen Änderungen überhaupt nicht. Und wir sind da ganz tief in einem Change-Management drin. Das muss man auch sagen, und wir sind ein sehr altes, eingesessenes Traditionsunternehmen, wir sind, aber wir ticken aber auch so. Ich sage, die ganze Belegschaft oder die große Belegschaft tickt auch genauso. Wir sind das eingesessene Familienunternehmen in Möln, was ja auch unsere Stärke ausmacht zum Teil, aber was halt dann für solche Prozesse oder für neue Prozesse teilweise schwierig ist, oder halt das Verständnis dann vielleicht oft nicht da ist. Man muss da aber ganz klar sagen, ich erfinde das nicht neu. Das hat auch immer so den Eindruck, jetzt macht Frau Raufeli macht jetzt die Supply-Chemenschwende-Firma, wir haben ja einen Versand. Wir haben eine interne Logistik, wir haben die ganzen Rädchen, die war sowas wie ein Einkauf, die einen sehr guten Job machen. Wir haben den Versand, wir haben die Dame, wir haben die Sachbearbeitung, wir haben die Produktionsbehandlung. Das hat es ja natürlich schon gegeben. Nur was halt bei uns ist, und das war das Hauptproblem, glaube ich, und darum wird es eingeführt in den Firmen. Wir sind halt auch historisch bedenkt sehr auf zwei Geschäftsfelder. Ich reduziere jetzt einmal auf die Hauptgeschäftsfelder, was bei uns da halt die mechanische Fertigung ist, also Teulokomponenten, und was die Oberfläche ist. Auf das haben halt auch historisch so hingewachsen. Und man muss jetzt schauen, wie können wir das Ganze einfach auch Synergien schaffen. Wie schaffen wir es, dass die Planung besser miteinander rät, dass wir die Anlagen intern einfach besser miteinander verwenden. Dass einfach die Kommunikationsflüsse besser werden. Die, die länger in der Firma sind oder die, die mit uns da haben, wissen, wir haben aktuell noch zwei ERP-Systeme. Das sind so Dinge, das ist alles schwer miteinander zu kommunizieren. Und genau für das wird jetzt einmal das SCM eingeführt. Und meine Aufgabe ist ja hauptsächlich jetzt einmal zu schauen, was kann ich, wo kann ich Synergien schaffen, wo können wir Abläufe verbessern, wie können wir vielleicht auch, das waren jetzt die ersten Schritte, was ich gemacht habe mit meinem Team, weil ich meine, du hast mir in Völksgeral fast da eh schon geredet, war der erste Podcast, das ist genauso ein wichtiger Bausteiner dazu, wo ich sage, der, was da extrem viel mitwirkt, der, was da extrem viel mitwirkt, der, was da extrem viel Mitarbeiter, der, was dem Aufgabe gibt. Da, wo man dann sagt, okay, schauen wir, wie können wir Vertretungsregelungen jetzt zum Beispiel vom Lager, Alu-Komponenten, was vorher war, jetzt besser lösen. Können wir das nicht mit der Warenübernahme, wie es in der EP heißt, in der Heloxal und Pulver heißt, können wir das nicht verbinden? Können wir unsere Staplerflotte nicht irgendwie kombinieren? Wo können wir unsere Wareneingänge, das ist jetzt ein Projekt, das ist jetzt wieder statt, wie können wir das für die gesamte Firma einmal einheitlich machen, dass wir dann fünf verschiedene Stellen anliefern und machen, also das sind eher so Kleinigkeiten, sage ich einmal, die aber dann wieder eine große Auswirkung haben können. Voll, und vor allem auch auch Umstellung sind und ja auch wichtig sind. Ich meine, es ist voll spannend, wenn man sich immer so etwas Gedanken machen kann, also das ist eigentlich echt cool. Jetzt haben wir sehr viel über den Job geredet, jetzt wird es einmal Zeit, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar die erste Frage ist gleich einmal, was wolltest du denn als Kind werden, Philipp? Jetzt gerade noch habe ich es, dass du jetzt meinst, also ich sage, ich wollte das Kind erfolgreich und glücklich werden. Nein, Spaß, aber das ist schon, ich muss ganz sagen, da bin ich vielleicht nicht im richtigen Klischee. Ich habe, ich kann mich echt nicht, wenn ich jetzt zurückdenke, ich könnte nicht sagen, ich wollte unbedingt Astronaut werden oder Pilot. Wirklich? Fair moment, Detektiv. Nein, nein, habe ich echt nicht. Man hat halt seine Sachen gehabt, ja, oder man hat im Fernsehen was gesehen und hat sich gedacht, ah, das ist cool, oder man hat das gekannt, oder man weiß, der Papa, mein Vater war zum Beispiel auch Radladerfahrer und Fahrer, beim Benecker, wir waren Landmaschinenbauer, gelernt, war auch ein cooler Job gewesen. Also gibt es ja als Kind nichts, nichts Cooles als wie so ein riesiges Baufahrzeug, wenn man da umfährt und dann nervt man vielleicht, wenn man mitfahren und schauen, also das ist ja, nein. Aber ich kann jetzt echt nicht sagen, ich hätte das oder das werden wollen. Später dann, als mein Kind, im jugendlichen Alter, habe ich dann gewusst, ja, ich habe mir gedacht, schau, eher vielleicht etwas Theoretisches mehr als etwas Praktisches, war halt der erste Gedanke. Dann habe ich gesehen, theoretisch war ich vielleicht doch noch nicht so. Das war, aber dann hat es gepasst, nein. Aber ich habe das nicht gehabt, ja. Für mich war da, schau, das muss ich schon sagen, relativ klar, auch mit dem Schritt quasi dann, dass ich den Bildungswertwerker gehe, dass ich irgendwann in eine Führungsrolle gekommen bin, dass das das ist, was ich will. Und das habe ich aber ja nicht nur beruflich gesehen, sondern das habe ich auch einfach so gesehen. Ich habe immer gern Fußball gespielt, ich habe immer gern was da, aber wie man seine Schwächern und Stärken kennen muss, weiß man irgendwann, wo der Leistungssenit erreicht ist und wie man wo was tut. Und mir hat das früher immer schon Murz aufgeregt, wenn ich das Gefühl gehabt habe, der Trainer ist einfach keine Führungskraft. Aber das ist nicht schlüssig, was der macht, oder da hätten wir ganz andere Ideen, oder wir müssten was anderes machen. Und dann bin ich da relativ früher eigentlich, habe ich meine aktive Fußballkehre sein lassen, ich glaube, das war mit 22 oder 23, und habe dann gesagt, nein, ich gehe, ich wechsle da schon ins Trainergeschäft. War voll cool. Wie kriegst du eigentlich nach der Arbeit am Leben den Kopf frei? Kannst du das überhaupt? Kannst du doch die Arbeit abschalten, und bist du immer eher einer, der halt immer ein bisserl, ein bisserl. Ja, das kommt nicht mehr darauf an. Also, ich bin schon einer, dass der Kopf sehr viel immer arbeitet, oder halt, wo es einfach gesagt ist, so rein im Hintergrund, rein der Film noch ein. Aber ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man irgendwo Wege und Ventile findet, dass man abschalten kann. Weil, wie es ist, wenn du viel arbeitest, wenn du viel machst, wenn du dann stressige Situationen hast, wenn du immer wieder, sonst ich halt, du musst was haben. Und ich habe da verschiedene Kanäle für mich gefunden, die, was sind, das eine ist auch Sportl, Laufung, Ausbauern. Ist halt, wenn es wirklich ist, dass man sagt, jetzt bringt man es frei. Währenddessen arbeitet der Kopf trotzdem, naja, das ist eh klar. Aber, anderer ist zum Beispiel auch gerade das Fußball-Thema, Fußballtraining. Weil, wenn du gezwungen bist, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen, und das ist ja, gerade im Kampfmannschaftsbereich ist das so, du überlegst die Taktiken, du schaust, bist beim Förderstumers Trainingspläne erstellen, Vorbereitungen, Nachbereitungen, solche Dinge zu machen. Du hast dann nicht die Zeit, geistig dich nur auf das eine Thema zu fokussieren. Das heißt, da bleibst du einmal um, das tue ich gerne, wenn du Fußball gerade nicht isst, dann tue ich gerne Fernsehen, immer. Ist ein Laster von mir, ist, glaube ich, die größte Schwäche, das tue ich gerne tue. Und, lesen. Ich muss lesen, um sich auf etwas anderes zu konzentrieren, andere Themen. Also, ich lese ganz wenig Management-Bücher oder solche Dinge. Sondern dann eher wieder, zum Beispiel von Stephen Hocking irgendwelche Bücher über Physik oder keine Ahnung, solche historische Dinge gerne, über Tempelritter und was weiß ich. Also wirklich, einfach dann wieder ganz andere Dinge. Und auch nicht so fantasy, sondern dann schon eher wieder Fachbücher oder halt eher in die Richtung. Oder meine Frau ist immer lustig, weil, wenn wir zum Beispiel einen Urlaub haben und man sagt, jetzt kauft man sich dann noch mehr Heft oder irgendwas, dass man in der Therme oder keiner irgendwo entspannen kann oder dass man sich da nicht hat, dann kauft man SPM und sie sagt, wie kannst du dir sowas jetzt? Kannst du dich nicht entspannen? Aber das ist für mich dann eigentlich entspannen. Ja, voll ist für jeden etwas anders, gell? Und das ist auch gut, weil es ist ja auch sehr breit gefächert. Also, tut es sicher auch gut, dass es nicht immer auch nur Management-Themen oder Logistik-Themen sind, mit denen du dich beschäftigst. Gibt es noch irgendwas am Schluss, was du sagen möcherst, irgendwen, bei dem du bedanken möcherst, was du unseren Zuseher und Zuhörer vielleicht noch mitgemöcherst? Ja, also ich sage bedanken. Man muss sich bei allen Leuten eigentlich bedanken, die man am Lebensweg trifft einfach, oder auch im Karriereweg trifft, die was mitarbeiten, die was mitziehen, die was anfordern. Teilweise auch die Kritiker muss man sich auch bedanken, weil immer, wenn ein Widerstand kommt, ich sage, Reibung erzeugt immer Energie, erzeugt immer. Das heißt, ich muss was tun. Ich muss mich selber wieder weiterentwickeln und sogar da muss ich mich eigentlich dann bedanken. Im Hintergrund auch, wenn wir es nicht gleich wahrhaben will. Aber hauptsächlich eh bei allen Mitarbeitern, die was ich habe, bei allen Kollegen, aber auch bei allen anderen Führungskräften. Es geht nicht alleine. So eine Firma rennt nicht, weil einer wichtig ist. Das geht nur gemeinsam und funktioniert auch nur so. Und wenn ich irgendwen etwas mitgeben kann oder darf, oder dann werde ich schon zumuten darf, weil ich bin ja jetzt auch nicht alt. Ich bin 36 Jahre. Ich habe jetzt auch noch nicht alles erlebt. Aber ist einfach das. Man kommt meiner Meinung nach nur weiter, wenn man einfach auch bereit ist für das, was man will, was zu machen. Dass man weiß, was kann ich, was muss ich können und was muss ich bereit sein zu abfahren oder zu machen, dass das funktioniert. Und wenn ich dann bereit bin, wieder den einen extra Meter zu gehen, dann wird es wahrscheinlich auch so eintreten, dass es passt. Und im Endeffekt muss man dann einfach mit sich selber zufrieden sein, glaube ich. Wenn man das schafft, also wenn man dann schafft, dass man sagt, immer mit dem Geleisteten, was ich habe, bin ich zufrieden. Den Schritt habe ich erreicht. Ich gehe weiter. Dann ist man glücklich und dann passt es ja. Dankeschön, Philipp, für das schöne Gespräch. Hat mich viel gefreut. Dann sage ich ja, danke fürs Zusehen und Zuhören. Und wir sehen Sie bei der nächsten Folge. Schaut auf unsere Social Medias vorbei. Bewerbt euch vielleicht für unsere offenen Stöhnen. Und wir sehen Sie bei der nächsten Folge.